so hallo liebe freunde des tradings hier in diesem video zeige ich dir das neue update von traden.eu 2.0 wir haben die webseite erneuert und das zeige ich dir gleich hier haben wir hier haben wir ein signal gerade erhalten das behalten wir auch noch mit dem auge out usd schön aufwärtsdrennen nach oben sind am unteren trendkanal angekommen alle signale zeigen hoch das template sagt hoch und ich bin auch investiert aber in diesem video geht es nicht um live trading sondern um tadadadadadada um diese webseite traden.eu wir haben die software erneuert wir haben ein neues design das logo ist neu aber das logo sollte die eigentlich schon kennen wir haben die menü führung verändert cfd und forex bereich gehört jetzt offiziell auch mit zu train.eu wir haben jetzt eine extra kategorie für cfd und forex trading im forum kriptowährungen sollen auch noch kommen das ist glaube ich noch nicht für euch sichtbar ist aber schon vorbereitet die die train.eu schon kennen wissen bescheid wir haben hier quasi eine lernplattform also wenn du binäre option oder option traden lernen möchtest dann klickst du hier auf binäre option und hier lernst du von a bis z wie du ein guter option trader wirst da option trading ja derzeit ja eine grauzone sage ich mal eröffnen wir jetzt auch ein cfd forex bereich aber hier lernst du auch sehr sehr viel was du eins zu eins auch für cfds und forex trading anwenden kannst hier lernst du binäre option grundlagen aber hier sind ja auch trading grundlagen hier hast du auch money management und trading psychologie die wahl des richtigen brokers und handelsstrategien hier lernst du alles also wenn du noch nicht auf train.eu warst dann geh auf die seite melde dich an und dieser komplette lern content hier ist kostenfrei ja die menüführung ist bisschen anders hier haben wir die startseite die startseite wird auch noch komplett erneuert hier kommt dann ein erklärvideo was wir überhaupt anbieten und was train.eu ist denn der anfänger ist meistens völlig überfordert wenn wir wenn er auf unsere seite kommt aber ja gut signale haben wir hier das blue power template schau dir den trailer gerne mal an geh auf train.eu und klick auf signale hier haben wir gerade eine aktion die wird noch einmal verlängert und hier bekommst du das blue power template entweder über eine broker anmeldung bei finmax da wo ich hier handel oder eine brokeranmeldung bei finmarket wenn du dort eine brokeranmeldung machst dann musst du eine ersteinzahlung tätigen dann erhältst du premium auf train.eu plus das template so nur für die die es noch nicht haben das forum sieht so aus was wollte ich euch jetzt hier noch zeigen genau und zwar habe ich hier ein thread erstellt update train.eu 2.0 erstrahlt im neuen glanz hier würde ich mich freuen wenn du rauf gehst und an der umfrage teilnimmst und zwar gefällt dir das neue design beziehungsweise das update von train.eu ich kann ja mal noch mal für die die das alte train.eu nicht kennen ein foto hier einblenden ja und so sieht das jetzt aus ja so hier kannst du abstimmen ja super genial super geil ja gefällt mir super oder nein das alte war besser was soll hier anders sein und du hast noch die option das ist mir scheiß egal ich würde mich auch freuen wenn du hier im forum post ist wenn du verbesserungsvorschläge hast für das forum zum beispiel habe ich da eine frage ist dir diese schrift hier zu blass denn ein älterer herr meinte zu mir er erkennt das hier nicht und kann ja sein dass es dann die mehrheit auch nicht erkennt also ich hoffe was sagt ihr dazu oder sieht's cool aus es soll so bleiben ja hier habe ich noch aufgelistet was noch geplant ist ein kriptowährungsbereich ist auch noch geplant zu den optionen und cfds forex das dauert aber noch ein weilchen ja und wir arbeiten im hintergrund intern schon an einer großen sache das wird eine riesen überraschung verfolge weiterhin mein youtube kanal für 2019 haben wir nämlich was ganz großes das wird einige leben verändern ich möchte jetzt noch nicht verraten was es ist sonst dann kriege ich wieder ganz viele nachrichten jeden tag aber es wird bald angekündigt erst mal zur webseite die webseite wurde erneuert wir haben gerade 21 mitglieder online um 10 uhr 30 das ist ok schauen wir uns noch mal das signal hier an soja signal war mal wieder genial also das blooper template hat wirklich drauf gut ich schneide jetzt das video das wird ja auch im mund sein bis zum nächsten video meine lieben trading freunde bis zum nächsten Video Bis zum nächsten Mal.